Fangen wir unseren Korrespondenten Volker Schwenk in Kairo. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie fragil ist diese Waffenruhe? Sie ist nach wie vor sehr fragil, auch wenn sie offensichtlich noch immer hält. Es gibt zumindest keine Meldungen über größere Kämpfe, größere Verstöße gegen diese Waffenruhe. Es gibt sogar eine gute Nachricht. 32 Rebellengruppen haben gesagt, sie fühlen sich zwar nicht an diese russisch-amerikanische Vereinbarung gebunden, aber sie wollen zunächst einmal die Waffenruhe respektieren. Das ist doch immerhin ein vorsichtig optimistischer Ausblick. Ziel der Waffenruhe ist es auch vor allem, die Bevölkerung mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen. Wie gut funktioniert das? Im Moment kann das noch nicht funktionieren, weil es noch nicht stattgefunden hat. Die Hilfsorganisationen bereiten sich jetzt erst einmal vor. Das wird einige Zeit dauern. Es ist unrealistisch, dass heute noch ein Hilfstransport sozusagen aufbricht. Es geht auch um Sicherheitsgarantien. Wer garantiert denn diesen Hilfsorganisationen, dass sie nicht beschossen werden zum Beispiel? Das wird noch einige Zeit dauern. Also realistischerweise wird man bis Mitte der Woche morgen, übermorgen vielleicht erste Hilfslieferungen ankommen sehen, wenn denn diese Waffenruhe auch weiter tatsächlich hält. Herr Volker Schwenk, wir sprechen gleich weiter. Welche Bedingungen die USA und Russland für die Waffenruhe genau vereinbart haben? Hier eine Zusammenfassung. Nach dem von US-Außenminister Kerry und seinem russischen Amtskollegen Lavrov verkündeten Plan soll die Waffenruhe für ganz Syrien gelten. Und zwar für die mit Russland verbündete syrische Armee genauso wie für die von den USA unterstützten gemäßigten Rebellen. Diese müssten allerdings ihre militärische Zusammenarbeit mit der islamistischen Al-Nusra-Front beenden, die sich mittlerweile in Chapat-Fatah al-Sham umbenannt hat. Hält die Waffenruhe eine Woche lang, wollen Russland und die USA eine gemeinsame Operationszentrale einrichten, um ihre Einsätze gegen Chapat-Fatah al-Sham sowie die Terrormiliz Islamischer Staat zu koordinieren. Die Vereinbarung sieht außerdem unter anderem den Rückzug syrischer Regierungstruppen rund um das umkämpfte Aleppo vor, damit die dort eingeschlossenen Zivilisten versorgt werden können. Die Vereinten Nationen begrüßen den Plan. Der Erfolg ist dennoch ungewiss. Eine im Februar ausgehandelte Waffenruhe war bereits kurz darauf gescheitert. Volker Schwenken-Kairo hält die Waffenruhe. Dann ist ein Ziel der Rückzug aller Kämpfenden von den Versorgungsrouten. Wie realistisch ist das? Das ist eine schwierige Frage, die man wahrscheinlich den beteiligten Parteien stellen müsste. Wir werden sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Wenn sie sich dieser Waffenruhe irgendwie verbunden fühlen, und die syrische Führung hat ja erklärt, dass sie sie respektieren wolle sieben Tage lang, dann muss das so sein, dass sich sowohl die syrischen Regierungstruppen und ihre Verbündeten von Castello Road, das ist eine Versorgungsstraße im Norden Aleppos, zurückziehen, wie eben auch auf der anderen Seite die Gruppen der bewaffneten Opposition, die ja nicht ganz so einheitlich sind wie auf der syrischen Seite. Und dann gibt es noch diesen Korridor, den die Rebellen freigekämpft haben im Süden Aleppos, der mittlerweile wieder geschlossen ist. Die syrischen Regierungstruppen haben das zurückerobert, dieses Gebiet. Auch da soll es eine ungehinderte und sichere Passage für Hilfstransporte geben. Wie das funktionieren wird, das wird man tatsächlich abwarten müssen. Zweifel sind angebracht. Ein weiterer Plan von Russland und den USA ist die gemeinsame Operationszentrale. Was bedeutet das genau? Ein großes Problem beim letzten Waffenruheabkommen war ja, dass die Opposition nicht sauber getrennt ist sozusagen. Russland und die Vereinigten Staaten wollen gewissermaßen ja die Opposition neu sortieren. Einerseits in eine legitime Opposition, wie der amerikanische Außenminister Kerry es genannt hat und andererseits in Terroristen und Dschihadisten, also Gruppen, bei denen alle sich einig sind, dass man die weiter bekämpfen darf. Das sind im Wesentlichen zwei. Die Terrormiliz vom islamischen Staat, die ist nun kein großes Problem in dieser Vereinbarung, denn da sind sich alle einig, auch die Opposition, dass man gegen die kämpfen muss. Das zweite Problem, das ist aber eben diese Al-Qaida-nahe Gruppe, die früher Al-Nusra-Front hieß und jetzt Jabhat Wattach al-Sham. Die ist eng verbunden mit anderen Rebellengruppen und das hat in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass es Angriffe der syrischen Luftwaffe und auch der Russen gab auf Gebiete, in denen eben sogenannte moderate Gruppen und diese Al-Qaida-nahe Gruppe waren. Und dann wurden, haben die moderaten Gruppen gesagt, eben immer nur die Moderaten getroffen und gar nicht so sehr die Al-Qaida. Das will man verhindern, indem sich Russen und Amerikaner austauschen über Zielkoordinaten und indem die syrische Luftwaffe tatsächlich in manchen Gebieten am Boden bleibt, keine Angriffe fliegen darf. Und das wäre wiederum vor allem für Aleppo natürlich ein großer Gewinn, weil dort in den Rebellenvierteln die syrische Luftwaffe mit ihren Helikoptern und ihren Flugzeugen und ihren Fassbomben tatsächlich immer Tod und Verderben gebracht hat. Vielen Dank, Volker Schwenk, für diese Informationen nach Kairo.